so hallo herzlich willkommen zurück zu shenmu 3 ich habe mein ganzes geld ausgegeben für klamotten wie sollte es anders sein für klamotten ich habe mir diese jacke hier gekauft und eine jeans so sieht es aus gut wir gehen zum hotel na 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 wir essen jetzt nix wenn du jetzt schlafen gehst ist die energie wieder voll dann laufen wir lieber langsam nix essen nein nein gar nichts essen no food a red snake you don't think the red snakes might have brought you in here yes rio i had a feeling i paid the shrine a visit in case anyone had seen anything and and i nearly got attacked with a broom what the shrine maiden there mistook me for one of the red snakes and tried to chase me off the maiden did that how awful she quickly realized her mistake but it seems the red snakes attacked you jao shrine how low will they go the shrine maiden was devastated too i wish we could help them me too me too that poor maiden leo i'm going to go back to the room okay ne 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 du isst gar nichts junge null isst du okay jenmoa steht wieder auf dem balkon dann quatschen wir noch ne runde mit ihr be careful when you go out into the city of course the red snakes have been targeting stores run by women and the elderly they're such low lives watch out for the red snakes jenhoa don't worry i'll be fine thank you rio okay gehen wir schlafen Warum zieht der nicht die neue Jacke an? Verstehe ich nicht. Ich habe doch extra die neue Jacke gekauft. Warum zieht der die denn nicht an? Was soll denn der Shit? Ich habe dafür mein ganzes Geld ausgegeben. Alles, was ich hatte. Aha, jetzt. Na, da haben sich ja zwei gefunden. Ja, ich weiß. Ein bisschen habe ich noch. Dankeschön. Okay, wir gehen zurück. So mit Tempel oder Halle oder was auch immer das war. Hier in dem Schuhladen kann man sich noch Schuhe kaufen. Blau-weiße Turnschuh. Die hätte ich auch noch gern. Aber davon muss ich erst wieder ein paar Kräuter sammeln. Ich meine, die Jacke sieht jetzt auch nicht gerade super geil aus, aber ich weiß nicht. Irgendwie scheint mir es, als könnten wir hier mehr Sachen kaufen, weil ich habe da noch voll viel Platz im Inventar. Na ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ich meine, es kostet einen Arsch voll Geld und... Die Farbe ist so green. Is this even a fruit? What kind of fruit is it? Es ist, you know, that one fruit. Isn't that right? This is a monk fruit. A Guilin specialty. They call it a spiritual fruit. Great for your skin and beauty. Oh my. Oh nein, Quicktime Event. Ich hasse es. Okay, Konzentration. Bis zum nächsten Mal. Ah! Oh, 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 oh. Was? Wait! Wait! Okay, also diese Zwischensequenzen sind wirklich lustig. Wait! Das war wirklich eine gute... Es lohnt sich dann doch auch mal, Fehler zu machen. Move it! You're funny. You wanna die, Krabs? Woah! Woah, hey, hey! Who are you? As you can see, just a cormorant fisherman. Excuse me? Was ist das? Willst du das bitte zu den beiden in 207? Was? Bitte. Fine. Ja, ich weiß. Du bist aber einfach wieder zurückgelatscht. Wir hätten auch erst mit dem quatschen können und dann die Tasche abgeben können. Na gut. Also wieder den ganzen Weg zurück. Ach, wenn er doch hier nur laufen würde. Warum muss er hier gehen? Nein. Ich weiß. Ich gehe noch ganz schnell in die Apotheke. Vielleicht habe ich noch ein paar Kräuter, die ich verkaufen kann. Moin. Hm. Sieht wohl nicht danach aus. Naja. Okay, die geben nur acht. Das rendiert sich nicht. Nee, erst mal nicht. Gut. Dann gehen wir mal zurück zur Halle. Ahem. Dann gehen wir mal zurück. Der sieht ja putzig aus. Der sieht ja putzig aus. Der sieht ja putzig aus. Ich muss hier mal weg aus dem Eck. Der sieht ja putzig aus. Der sieht ja putzig aus. Der sieht ja putzig aus. Ja. 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 Wo war die goldene Gans? Na, lauf doch. Oh Gott. Manchmal. Manchmal. Die goldene Gans. Also gut. Oh, da sind Kräuter. 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 Ach, da ist es ja. Oh, macht erst um zwölf auf. Ach ja, was hast denn du zu erzählen? Ja. 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 Das ist ja. 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 Dasences. Ja. 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 Oh, I like a lot of things. But I'd have to say I like flowers the best. Flowers? Yes. Flowers can make your day so much brighter just by being there. I see. Thank you. Huh? C-Come again? Excuse me. Finally. How'd it go? Did you find out what she likes? Yeah. She likes flowers. Flowers? What kind of flowers? Huh? Maybe I should open up a flower shop. If it's not too much trouble, could you find some flowers for me? Ones that you would send to someone you like. I can't leave the shop right now. Will do. Thank you. By the way, we got brand new models in. Want to have a look? Nee. I've also got all the latest models. Oh, damn it. Jetzt muss ich erst zum Blumenladen. Der Blumenladen ist an der Promenade. Okay, ich gehe erst hier rein. Was, was... Excuse me. Hello there. I hear the red snakes come by here. I'm not at liberty to answer questions of that nature. Ah, okay. Welcome. Do you have a VIP card? VIP card? That's right. The room up ahead is for Golden Goose VIPs only. VIPs have their own room? How do I become a member? You fill out an application and submit it to the Golden Goose. The process takes about two months in all. Two months? Isn't there some way to speed up the process? Well, there is. But first you would need a referral from a VIP. Just tell me who to talk to. I'm afraid that's simply impossible. We must respect the privacy of our valued members. Of course. Okay. Wer könnte ein Mitglied sein? Oh, da steht Shenhua. Hey, Shenhua. Liu, how did it go with the Golden Goose? There's a VIP room. What's a VIP room? A room reserved for special guests. So how will you get in? I just need a referral from a current VIP member. Do you know where to find a VIP member? No. Not yet anyway. I see. Hm. Okay. Wo könnte ich hin? Hm. Ich glaube, ich... ...gehe mal... ...richtung Fluss wieder. Hm. Hm. Blumen. I see. You don't get it. In any case, we don't have bouquets. If you want a bouquet, you should go over to the flower shop. Is that so? Since you came all the way here, why don't you buy something? It's worth it. You'll see stuff you won't see anywhere else. It's not the right season, though, so that's all I have. Okay. Vielleicht sollte ich sie mal fragen. Vielleicht kennt sie jemanden. What can I do for you, Ryo? Do you know any Golden Goose VIPs? The Golden Goose? Are you serious, Ryo? Actually, I... What a letdown. You actually want to become a VIP there? No, no. I was just... As if gambling weren't bad enough, the Golden Goose is filled with booze and women. Whoa. Calm down. Since when did you turn into a dirty old man, Ryo? That damn is the same up. You have it all wrong. I do? Yes. I just want to talk to a Golden Goose VIP. Really? Yes. I swear. I'm so sorry. I didn't know. Anyway, I work at the hall, so I don't know much about VIPs. Oh, yeah. That's right. That's really not your thing. I'm sorry I asked. No, I'm sorry I couldn't help you. Okay, Lady, es war ein Fehler, dich zu fragen. Ich hab nicht damit gerechnet, dass du eine Zicke bist. Hey, Lady, weißt du was? Dann halt nicht, Oma. Was war das hier? Das war auch noch irgendein Restaurant, ne? Naja. Gibt's hier noch irgendwas? Ich glaub, ich frag den Alten bei den Enten. Vielleicht weiß der was. Der ist doch alt genug, um irgendwas zu wissen. Okay, da war ich nicht so, wenn du eine Zicke bist. Okay, der weiß anscheinend auch nix. Okay. Tja. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, wohin ich muss. Verdammt, Geld habe ich auch nicht mehr. Soll ich ins Hotel zurück? Ich habe keine Ahnung. Wo kann man hier den Knoblauch kaufen? Hier vielleicht? Aber hier ist kein Verkäufer. Oh, doch. Gerade aufgetaucht. Knoblauch kostet hier elf. Okay. Elf also. Hm. Ich brauche noch Kohle fürs Hotel, ne? Da würde ich mal sechs Stück kaufen. Müsste eigentlich reichen. Verdammt, wo muss ich hin? Ja gut, ich muss eh noch Blumen kaufen, dann muss ich eh zurück. Ah, also Blumen brauche ich Blumen. Blumen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gut, kaufe ich jeweils eine. Ich habe keine Ahnung. Mega-Shopper! Okay. Ich brauche Geld. Ich muss Geld verdienen. Kann ich vielleicht inzwischen Gabelstapler fahren hier? Irgendwie. Irgendwie. Hey, kid! This is a restricted area. Do you know anyone who's a Golden Goose VIP? I go there sometimes, but I don't know no VIPs. Okay. Thanks. You're better off asking Da Jing's brother about that. His brother took me there my first time, too. Got it. Thanks for the tip. Excuse me. Hey, kid. This is a restricted area. Actually, I just have a question. I'm looking for Mr. Da Jing. He's a work buddy, but he doesn't hang out with us. So I don't know him. Okay. Thanks. Okay, aber wo ist der Kerl? Pardon me. Do you need help? When it comes to tourist spots, I'm your man. As the tour guide around these parts, I'm your man if you've got any questions. Actually, I have a question. I want to see Mr. Da Jing. He's right over there. Okay. Great. Many thanks. Ach, der ist das. Okay. Pardon me. What you need? I'm looking for a VIP member of the Golden Goose. Mr. Da Jing, are you a VIP by any chance? Me? Heck no. I'm just a scrub. You need to be a high roller to become a VIP. I see. Speaking of which, though, there's this one rich guy staying at Hotel Nyauwu who's been killing it lately. I saw him go in and out of the VIP room. Hotel Nyauwu. Okay. This room is absolutely filthy. Can't they move us? Okay, okay. I'll do something about it. Just calm down, all right? I want a luxury suite. A suite? Don't make me repeat myself. Clean, spacious, great view. A room fit for a queen like me. Nothing but the best for you, m'lady. Okay, great. Many thanks. Could he be... Okay. Der ist uns Erinnerungen gefallen, schuldig. Ich hab immerhin... Der hat die Tasche zurückgebracht. Rich people. That couple, maybe? Excuse me. What do you want? Eigentlich wollte ich die Zimmernummer. Okay, die sind hier rausgekommen, ne? Not in, it seems. I'll ask the front desk about where they went. Pardon me. What do you want? Do you know where the couple in room 207 went? They didn't like their room, so they upgraded to a suite. These rich people always think they can have their way, so I made them pay extra. Ha! Which suite? Room 203. Okay. 203. Das dachte ich mir doch, dass die umgezogen sind. 206. 203. Extra große Tür. Excuse me. Oh, it's you. Can I ask you a question? What is it? Are you a VIP member of the Golden Goose? The Golden Goose? I am. What of it? Could you give me a referral? What? I'm about to go have the time of my life with my beloved Shui Hua, and you want me to do what? Isn't that right, Shui Hua? What are you babbling on about? Huh? This is the man who returned my bag when it was snatched. The least you could do is hear him out. Yes, dear. Referral. A referral, was it? What kind of referral did you want? A referral to become a Golden Goose VIP. Coming right up. Could you wait a moment? Take this with you, friend. Thank you very much. Okay, wir haben die Empfehlung in der Tasche. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt mal einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part von Shenmue 3, wie es hier weitergeht und ob wir es in den VIP-Room schaffen. Also bis dahin, bye bye.